Eine Rundfunkanstalt, ein Vermögensverwalter, ein Automobilhersteller und ein Technologieanbieter haben mindestens eine Sache gemeinsam. Sie haben eine Kampagne bei uns geschaltet. Wie das lief und was die Besonderheiten der einzelnen Kampagnen waren, erzählen euch jetzt Julia Scheuner, Martin Funke und Michael Böpel. Und ich übergebe an meine wundervolle Kollegin Rianna Koch. Viel Spaß dabei. Wir haben heute schon wahnsinnig viel über Podcast gehört, aber lasst uns nun gemeinsam ein bisschen in die Praxis eintauchen und ins Daily Doing. Dafür sitze ich hier mit drei unserer erfahrensten Sales-KollegInnen. Das ist einmal die Julia, der Michael und der Martin. Und Martin, ich glaube, mit dir starten wir direkt. Wie hast du denn die letzten zwei Jahre erlebt? Ja, die letzten zwei Jahre waren wirklich eine sehr rasante Entwicklung. Man kann das ungefähr mit dem Mobile-Bereich vergleichen. Erst waren die Kunden in diesem Bereich recht zögerlich. Nun denken sie automatisch digital. Das kann man analog für den Podcast-Bereich auch sagen. Ja, ich habe es ja gerade schon erwähnt. Wir sind 2019 mit fünf Podcasts in die Vermarktung gestartet. Mittlerweile sind wir schon bei 45 Podcast-Shows. Das ist eine enorme Entwicklung. Michael, kannst du vielleicht noch was zur technologischen Weiterentwicklung sagen? Ja, klar, gerne. Also es ist ja in der Tat so, wie du sagst. Das Portfolio ist massiv gewachsen, hat große Wachstumsschritte gemacht. Und auch auf der technologischen Seite haben wir natürlich inzwischen auch einiges an Wachstumsschritten vollzogen. Die plakativste ist sicherlich die der Spot-Integration. Wenn man mal zwei Jahre zurückdenkt, da wurde halt jeder Spot tatsächlich noch händisch in die Podcast-Episode integriert. Inzwischen haben wir dank der Ad-Server-Struktur, die dahinter steht, einfach auch die Möglichkeit, automatisiert und flexibel diese Spots zu integrieren in die Podcast-Episoden. Und ja, und letztlich bietet uns der Ad-Server auch natürlich flexible Buchungsmöglichkeiten und Optionen. Da hatte ich ja vorhin schon das eine oder andere Wort drüber verloren. Fällt euch denn vielleicht ein Kunde ein, der den Weg von Anfang an mit uns gegangen ist? Da fällt mir direkt der Kunde Dell ein, welcher die ganzen Schritte in den letzten zwei Jahren mit uns zusammengegangen ist. Und zwar haben wir hier den Kunden zusammen mit der Group M Audio Unit begleitet und bestmöglich beraten, wie ich denke. Es war zum Beispiel so, dass Anfang Dezember 2020 uns das Briefing für die Dell-Podcast-Planung erreicht hat, und zwar für die Dell-Small-Business-Kampagne. So, es sollten die Zielgruppen Business-Decision-Maker und IT-Business-Decision-Maker angesprochen werden. Und Dell sollte als verlässlicher Partner für den Mittelstand und als Experte für die Zukunft mit Blick auf IT-Gesamtlösungen positioniert werden. So, und Michael hat es eben angesprochen. Damals war es noch so, dass wir also praktisch die Spots hart und fest einbauen mussten. Aber auch damit haben wir, glaube ich, eine ganz gute Kampagne hinbekommen. Die startete dann 2021 im März mit der Kombination von Handelsblatt Disrupt, FATS Digitec und Zeit, was jetzt? Okay, das ist aber für eine erste Kampagne schon recht groß. Auf jeden Fall, genau. Dell war aber sehr zufrieden. Und die Besonderheit war, dass sozusagen Dell, der erste Kunde war, der mit einem Spot, und zwar in Handelsblatt Disrupt, Anfang April, der erste Kunde war der, dessen Spot über unseren Ad-Server ausgespielt wurde. Weil wir unseren Ad-Server auch Anfang April in Betrieb genommen haben und damit direkt die Möglichkeit hatten, Dell über diese Technologie in den Podcast auszuspielen. Und wir sind wirklich sehr froh, dass Dell diesen wichtigen Schritt als Partner mit uns zusammengegangen ist. Okay, hat die Ausspielung denn einen Unterschied für Dell gemacht? Unbedingt. Wir konnten jetzt nicht nur die Downloads und Streams reporten, sondern auch wirklich die Ausspielung der einzelnen Audio-Ads. Und das Ad-Server-Reporting im Anschluss an die Kampagne bietet auch weitere spannende Insights über die Hörerschaft, was für den Kunden auf jeden Fall sehr relevant ist. Okay, das hört sich sehr gut an. Gerade das Reporting war ja anfangs immer ein Riesenthema. Wie war das denn bei euren Kunden? Waren die auch so begeistert vom Reporting? Die sind auf jeden Fall sehr happy, dass sie Zahlen bekommen. Neben den Unique-Usern und eigentlichen Impressions können wir zum Beispiel auch Alter ausweisen oder Geschlecht. Und das sind natürlich schon spezielle Zahlen, die dann für eine Kampagne spezifisch sehr spannend sein können. Ja, dem kann ich mich komplett anschließen. Also auch unsere Kunden in Hamburg, die sind total happy und sind super zufrieden, gerade mit der Ausweisung von Unique-Usern. Also gerade die tatsächlichen Hörer der einzelnen Podcast-Folgen sind halt super spannend und echt eine tolle Kennzahl für jede Media-Planung. Ja, also das hört sich schon mal super an. Aber wie hat es sich nochmal mit Dell weiterentwickelt? Lasst uns zurück zu dem Thema. Ja, vor allem war die Umstellung auf den Ad-Server mit dem Vorteil verbunden, dass jetzt ein Preis für einen Audio-Spot für die Produktion des Inhalts nur bezahlt werden musste. Das heißt, ein einmalig produziertes Audio-Ad kann ohne Probleme in weiteren Podcasts eingesetzt werden. Und das spart natürlich erheblichen Aufwand und hatte auch gerade in diesem Fall eine Besonderheit. Feste Exklusivplatzierungen in FATS Digitec in diesem Fall waren in dem jetzt geplanten Zeitraum bereits ausgebucht. Und da konnten wir über die jetzt mögliche Rotationsplatzierung wunderbar eine Alternativplatzierung anbieten, sodass der Kunde also trotzdem im gewünschten Zeitraum präsent sein konnte. Ja, das ist natürlich total perfekt, wenn die Exklusivplatzierungen schon ausgebucht sind, was bei uns ja leider teils der Fall ist oder zum Glück kommt immer auf die Perspektive an. Absolut. Genau, also Dell hat sozusagen hier das erste Mal auch eine Volumenbuchung umgesetzt und dann diese Buchungsvariante weiterhin auch verfolgt in den Folge-Flights. So im September, November investierte dann Dell weiter in zielgruppenaffine Shows aus unserem Portfolio, wo das auch den großen Vorteil hatte, dass es natürlich auch mit der Parallel zur Umstellung auf den Ad-Server ein großes Wachstum verzeichnen konnte, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben. Und mit der Planung dann für das Jahr 2022 haben wir also Dell auf eine neue Stufe wirklich gehoben, was die Podcast-Ausspielung anbelangt, denn der Kunde hat jetzt eine Mischung aus exklusiven Festplatzierungen und Rotationsplatzierungen in Channeln gebucht, Themenchanneln wie Wirtschafts- und Finanzen, Digitalisierung, sodass der Kunde hier praktisch themenmäßig in den entsprechenden Zielgruppen sehr präsent unterwegs war und denke ich, damit wirklich sehr zufrieden war. Okay, wir können auf jeden Fall sagen, dass wir in den letzten zwei Jahren gemeinsam mit Dell Riesenschritte nach vorne gemacht haben. Welcher Kunde fällt euch denn vielleicht ein, der noch auf Exklusivbuchungen setzt ausschließlich? Also mir würde da spontan Jaguar einfallen. Die haben mit einem Storytelling den neuen iPace beworben im Morning Briefing. Das war auf jeden Fall eine sehr spannende und kreative Geschichte. Also warum haben Sie denn genau das Format gewählt? Also beim Storytelling kann man auf der narrativen Ebene mit Podcasts wirklich tolle Sachen anstellen. Also gerade weil Podcasts eine extrem hohe Aufmerksamkeit bei den Hörerinnen und Hörern haben. Wichtig ist einfach, dass man da wirklich zwei Elemente braucht. Also in der Regel gibt es den Midroll und den Postroll. Und zwischen beiden Elementen wird ein Spannungsbogen erzeugt. Und das macht die Story in dem Moment so ein bisschen exklusiver. Und da wir natürlich beide Elemente brauchen, brauchen wir auch eine Exklusivplatzierung. Also eine ausschließliche Überlegung eines Podcasts durch einen Kunden. Und wie hat Jaguar das konkret umgesetzt, dass der Spannungsbogen auch wirklich aufrechterhalten wurde? Ja, Sie haben das im Handelsblatt Morning Briefing umgesetzt. Das ist ein Podcast, der werktäglich erscheint. Das sind ja Wirtschafts-News. Das hat auch schon zur Zielgruppe sehr gut gepasst mit den neuen I-Pace. Der I-Pace ist ein vollelektrischer SUV, also der erste vollelektrische SUV von Jaguar. Und das Morning Briefing erscheint, wie gesagt, werktäglich, fünfmal pro Woche. Auch das News-Podcast ist nicht ganz so lang. Also dann ist im Prinzip der Abstand auch zwischen Pre-Roll oder Mid-Roll und Post-Roll nicht ganz so lang. Und die haben es ganz intelligent gemacht, im Mid-Roll schon so ein paar erste Infos weitergegeben. Da ging es vor allem um diese technische Fahrleistung, haben wirklich so diesen Fahrspaß rübergebracht und haben dann, was ganz wichtig ist, schon so einen kleinen Ausblick vermittelt, dass da nochmal später mehr Infos kommen. Und dann waren natürlich die Hörerinnen und der Hörer entsprechend mit ihrer Aufmerksamkeit dabei. Und im zweiten Teil wurde dann, also ganz zum Schluss im Post-Roll, nochmal was zur Innenausstattung des Fahrzeugs gesagt. Also auch ganz spannende Komponenten, dass man zum Beispiel vom I-Pace direkt gesagt bekommt, wo man als nächstes aufladen kann. Und ja, haben wirklich so über den gesamten Podcast die Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hörer dadurch aufrechterhalten. Das hört sich auf jeden Fall smart an. Dadurch wird mir natürlich auch klar, was für einen Sinn in so einem Storytelling-Format liegt und wie man aus einem Audio-Ad mehr rausholen kann. Was muss man denn dabei beachten, wenn man so ein Storytelling bucht? Also wie schon angesprochen, brauchen wir ja diese beiden Elemente. Das heißt, wir brauchen diese besprochene Exklusivplatzierung. Das ist ganz wichtig, auch damit kein anderer Audio-Spot von einem anderen Kunden erscheint. Sonst ist man natürlich als Hörerin oder Hörer auch total verwirrt. Das ist wichtig. Dann müssen wir natürlich auch darauf achten, wie das Audio-Ad eingebettet ist. Das heißt, es sollte vorweg natürlich ein Sprecher ausgewählt werden, der auch beide Spots einspricht. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch sanft tun, damit wir so einen besonderen Effekt der Werbewirkung haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was natürlich auch schön war, war, dass das Morning Briefing, wie gesagt, also dass eine Gesamtwoche gebucht wurde. Das heißt, man auch als Fan des Morning Briefings jeden Tag dieses Storytelling gehört hat und das so ein bisschen miterleben konnte. Okay, da kann ich mir vorstellen, dass alle dann wissen wollten, wo die nächste Zapfsäule ist. Was mich aber noch interessiert, hören denn die Post-Rolls überhaupt? Also werden die Post-Rolls überhaupt durch jemanden gehört oder schalten die HörerInnen vorher ab? Nee, das ist ganz erstaunlich und auch eine gute Frage. Und vor allem haben wir das natürlich jetzt durch die Ad-Server-Anbindung auch noch mal stärker mitbekommen. Es hören fast genauso viele den Post-Roll wie den Mid-Roll. Also das ist natürlich einmal ein super Ergebnis für das Morning Briefing, weil es bedeutet, dass das Morning Briefing meistens komplett durchgehört wird. Es ist auch nicht so lang, also es sind, glaube ich, in der Regel acht bis zehn Minuten. Aber auch der Post-Roll wurde komplett bis zum Ende gehört. Das heißt, die HörerInnen schalten nicht vorher ab und merken, okay, der Podcast ist vorbei, jetzt kommt der Post-Roll. Werbung möchte ich gar nicht hören, sondern die nehmen das auch noch mal bis zum Ende mit. Und das ist natürlich ein super Ergebnis, wie gesagt, einmal für die redaktionelle Arbeit, aber auch für die Integrationsform. Ja, da denke ich sofort wieder an unser Reporting. Wie schön, dass wir das jetzt auch nachweisen können, dass Mid-Roll und Post-Roll gehört werden. Danke dir für das spannende Beispiel. Und lasst uns mal noch einen Schritt weiter gehen zum Thema Targeting kommen. Hat sich da schon ein Kunde an das Thema getraut? Ja, bei uns durften wir schon die ein oder andere Kampagne inzwischen, Gott sei Dank, umsetzen. Das freut uns natürlich. Und wie ist dein Eindruck? Ist das Thema bei den Kunden jetzt wirklich angekommen? Ja, wenn ich jetzt Nein sage, glaube ich, gefährde ich meinen Job. Also insofern ja, es ist bei den Kunden angekommen. Nein, also ernsthaft, ich merke schon, dass wir dieses Thema immer wieder und wieder in den Markt tragen müssen. Es ist super viel Aufklärungsbedarf noch vorhanden. Liegt einfach daran, weil die Kunden jetzt jahrelang erst mal an dieser Mono-Belegung eines einzelnen Podcasts, an einem Podcast-Sponsoring gewohnt sind über die letzten Jahre. Das macht ja auch Sinn. So ein exklusives Sponsoring hat ja Julia gerade sehr schön geschildert, wie Jago das durchgeführt hat. Und insofern ist das auch fein. Nur langsam, aber sicher, merkt der ein oder andere Kunde, dass auch die neuen Buchungsoptionen attraktiv sind. Ja, und inwiefern attraktiv? Also nur, dass wir ein bisschen von der Perspektive der Kunden hören. Ja, also... Also ich weiß, dass es attraktiv ist, aber was denken Sie? Ich auch. Aber es ist, also es ist, zum einen ist es so, dass schon einfachste technische Möglichkeiten uns einfach auch neue Kundengruppen eröffnen. Also ich greife mal das Beispiel Regio-Targeting raus. Da haben wir bei uns in Hamburg einen Kunden, den MDR. Der hat vorher eben keinen Podcast bei uns belegt, einfach weil wir ausschließlich exklusive Sponsorings angeboten haben und der Kunde regional agieren möchte, sprich auf den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und dort eben die Werbung schalten möchte. Jetzt, so banal es klingt, dank des Regio-Targetings haben wir jetzt eben die Möglichkeit, diesen Kunden eben auch zu bedienen. Und wir sind sehr froh und auch stolz, dass wir den Kunden jetzt für uns gewinnen konnten. Ja, ich hoffe, der MDR ist auch glücklich. Und ich muss sagen, gerade das Regio-Targeting in Bezug auf MDR, auf den MDR erschließt sich mir natürlich komplett. Bucht der Kunde denn auch anderes Targeting bei uns oder ist er mit dem Regio-Targeting schon total zufrieden? Also das Regio-Targeting ist beim MDR jetzt fürs Erste das Richtige, definitiv. Wir haben auch andere Kunden, die andere Anforderungen haben. Auf diese Anforderungen brauchen wir ja selbstverständlich dann auch andere Antworten. Also wir haben ja zum einen das soziodemografische Targeting, sprich auf Geschlecht und Alter können wir die Spots ausspielen. Aber wir haben auch ein kontextuelles Targeting, was wir inzwischen umsetzen können. Das bedeutet, dass jede Episode bei uns im Netzwerk tatsächlich durchgescrollt wird. Also jede Episode wird gescannt und dann Word-to-Text transferiert und letztlich entstehen so dann Keywords und Segmente. Okay, das konnten wir sonst immer andersrum. Da war es immer eher Text-to-Speech. Ja, genau das ist das. Also es ist halt einfach das, was wir aus dem normalen Online-Bereich kennen, nur andersherum. Aber das Ergebnis ist das Gleiche. Also wir schaffen relevante Themenbereiche für die Kunden, die die Kunden dann dementsprechend mit Audiospots bespielen können. Und wo ist dann eigentlich der Unterschied, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, zu unseren Themenchannels? Ja, also das ist ja nicht konträr. Also Themenchannels und kontextuelles Targeting können sich auch wunderbar ergänzen. Ein anderes Beispiel bei uns aus dem Norden ist halt eben die Tochter der Commerzbank, die Commerz Real. Sie hat jetzt mehrere Kampagnen schon bei uns durchgeführt und hat dabei zum einen den Themenchannel Finanzen und Wirtschaft belegt. Und parallel dazu dann eine Netzwerkrotation mit eben kontextuellem Targeting auf Finanzen. Und dabei war es halt super interessant, dank unseres Reports, wo wir das natürlich auch ausweisen, wo dann die Spots tatsächlich ausgespielt werden. Das natürlich in der thematischen Rotation waren das genau die Spots, die wir auch angegeben haben, sprich Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Fahrt, die ganzen Wirtschaftsmedien. Und in der Netzwerkrotation war aber auch ein Elternpodcast mit dabei. Und der war überproportional vertreten. Da haben wir natürlich gesagt, hoppla, wie kommt das? Und genau in dieser Episode war es eben so, dass es halt um Immobilienerwerb, um Bauen für junge Familien ging. Also eine hochrelevante Zielgruppe für die Commerz Real. Und insofern ein sehr gutes Beispiel für kontextuelles Targeting, wie sowas funktionieren kann. Ja, und damit erhöhen Sie natürlich auch noch mal die Reichweite, ne? Ja, genau. Also zum einen ist es natürlich eine Ergänzung, eine Reichweitenergänzung. Aber es gibt ja auch Kunden, die noch speziellere Zielgruppen haben, wo wir gar keinen Themenchannel für bilden können. Das heißt, die müssen und können jetzt ja auch durch dieses kontextuelle Targeting viel granularer die Zielgruppen ansprechen. Ich denke da an Zielgruppen wie Interesse an regenerativer Energie oder ist ja sehr aktuell gerade auch soziale Verantwortung. Halt auch solche Themenbereiche können wir so abbilden. Das ist natürlich super. Was meinst du denn, wie sich der Podcast-Markt so in der nächsten Zeit entwickeln wird? Ja, ich denke, kurzfristig wird es so sein, ein bisschen was Martin geschildert hat. Die Kunden werden sich ein bisschen rantasten an das Podcast-Thema, werden ein bisschen selbst ausprobieren, selber ihre Learnings daraus ziehen und dann wird sich mittelfristig, so wie bei Dell, so eine Art Mischbuchung vielleicht entwickeln. Eben exklusive Sponsorings ergänzt um Themenchannels, um kontextuelles Targeting. Also je nachdem. Ich denke auch, dass die Reichweiten sich eben entsprechend noch weiter nach oben entwickeln werden. Wir sind da ja sehr dynamisch unterwegs. Und wenn das, wie wir alle hoffen, der Fall sein wird, dann wird es auch technisch peu à peu so sein, dass wir immer mehr diese digitalen Standards auch im Audio-Bereich integrieren können. Da fällt mir ein, eben das Postzeitzahlen-Targeting. Das ist theoretisch, das ist ja ein einfaches technisches Targeting. Das ist theoretisch jetzt schon möglich. Wenn die Reichweiten sich entsprechend entwickeln, ist es, glaube ich, eine Kleinigkeit, da den Schalter umzulegen. Und dann wiederum ist auch der Audio-Markt für Konzerne wirklich spannend, gerade für Konzerne, die so ein ganzes Filialnetz dahinter stehen haben. Und das natürlich ist für uns als Sales dann auch ein spannendes Potenzialfeld, wo wir uns dann nochmal austoben können. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ihr merkt, ich läute schon so ein bisschen die Abschlussrunde ein. Julia, was meinst du denn? Wo stehen wir in zwei Jahren? Puh, gute Frage. Schwierige Frage. Also ich glaube, dass durch diese, das haben wir jetzt häufig besprochen, diese ganzen technischen Themen, Anbindung an den Ad-Server, Targeting, Reporting, vor allem die Produktionsstandards eine große Rolle spielen werden. Also das hat jetzt schon angefangen. Wir haben ja gemeinsam mit dem BVDW ein White Paper entwickelt, in dem erste Standards festgelegt wurden. Das ist einfach total wichtig, um auch so eine automatisierte Abwicklung bereitstellen zu können und den Markt natürlich dadurch viel, viel schneller zu machen. Wir haben eigentlich von Anfang an diese Standards eingehalten. Das ist auch nicht immer auf Gegenliebe gestoßen, aber das ist sehr, sehr wichtig, um wirklich einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, redaktionell auch sauber zu arbeiten. Und zu diesen Standards gehören zum Beispiel die Spotlänge. Also da gibt es ganz, ganz große Unterschiede noch am Markt. Dieses ganze Thema Voice-only, dass wir nicht so wie ein Radiospot einen riesen Jingle da einbinden, sondern dass wir eine sanfte Einbettung haben, so wie ich es jetzt bei dem Jaguar-Beispiel auch gebracht habe. Es sind Dateiformate, die geklärt werden müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also angepasste Lautstärke des Audio-Ads, also dass man nicht aus diesem ganzen Hörerlebnis extrem rausgeschossen wird, wenn das Audio-Ad kommt. Und wenn wir das schaffen, dass wir uns alle, also dass alle Marktpartner da an einem Strang ziehen und sich auf diese Standards fokussieren, dann können wir natürlich auch irgendwann in Richtung Programmatic Advertising denken. Weil dann müssen wir nicht jeden Spot einzeln abnehmen, als ihn produzieren, sondern dann können wir den in die große Runde geben und relativ safe einen sehr guten Produktionsstandard gewährleisten. Ja, da bin ich gespannt, wann wir soweit sein werden. Wünschenswert ist es und ich weiß, wir werden da hinkommen. Martin, willst du noch was ergänzen? Wo siehst du uns? Ich glaube auf jeden Fall, dass der Podcast-Markt weiter wächst, dass vor allem auch die Hörerschaft weiter wachsen wird. Denn ich gehe davon aus, dass immer weiter Hörerinnen und Hörer Podcasts als Medium für sich entdecken werden, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, das als Informations-, aber auch als Unterhaltungsmedium entdecken werden. Und auf diese Weise wächst natürlich auch für uns in der Vermarktung die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Themen und Zielgruppen anzusprechen. Sei es jetzt programmatisch oder auf die bisherige Weise. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir da immer weitere Vermarktungsmöglichkeiten in der Zukunft unseren Kunden anbieten können. Okay, ihr hört, wir haben noch viel vor. Lieben Dank an euch drei. Ich fand es total spannend zu hören, wie sich das Buchungsverhalten der Kunden entwickelt und wo die Vorteile der verschiedenen Buchungsmöglichkeiten liegen. Vielleicht sitzen wir in zwei Jahren wieder zusammen und gucken, ob sich alle eure Prophezeiungen erfüllt haben. Ich gehe jetzt einfach erstmal schwer davon aus. Vielen Dank.